Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP und IOTA Update Video. Ja, zwei Wochen sind schon wieder vergangen, IOTA ist an der Reihe und natürlich XRP wie jede Woche. Wir schauen uns heute an, was jetzt in der nächsten Zeit interessant werden könnte, welche News möglicherweise auch Einfluss haben könnte auf XRP oder IOTA. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ganz wichtig, stimmt unten in den Kommentaren ab, welchen Coin wir uns dann nächste Woche zusätzlich zu XRP anschauen sollen. Wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, unten einfach einen Kommentar reinschreiben, welcher euer Lieblings Altcoin ist. Dann, wie gesagt, wechseln wir alle zwei Wochen den zweiten Altcoin. Und jetzt genug Werbung gemacht, wir starten jetzt direkt durch bei XRP. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 0,39 US-Dollar Cent, wenig Bewegung. Wir traden hier weiterhin um unsere große Range. Und welche Range meine ich hier? Ihr kennt hier aus dem Altcoin Update Video diese riesige Range hier, wo wir seit Monaten konsolidieren. Wir sind hier bereits im Juni, sind wir hier rumkonsolidiert und hatten wenig, sage ich mal, Push nach oben. Und genau da befinden wir uns jetzt. Beziehungsweise genau an dieser Grenze eben. Wir haben schon zwei Pushs nach oben bekommen, die aber jetzt nicht wirklich langfristig waren. Immer nur so ein paar, vier Stunden candles, aber so richtigen Daily Close mit Gewichtung hatten wir hier eben noch nicht. Ganz wichtig, auf den kleineren Timeframes halten wir uns weiterhin in diesem kleinen gelben Abtrend. Der wurde immer wieder bestätigt und hat dann auch als Support gehalten. Nur jetzt fehlt irgendwie so ein bisschen die Buying Pressure hier. Und das sehen wir vor allem an dem Volumen. Das Volumen nimmt ab. Ist eigentlich kein gutes Zeichen für diesen Abtrend. Unsere Long Position, die wir bei 35 US-Dollar Cent geöffnet haben, also im damaligen Golden Pocket hier unten, läuft natürlich weiterhin. Immer mal ein bisschen Profit in dem, ich glaube 35% der Position sind zu. Wir haben aber nach oben hin weiterhin deutlich mehr zu fischen. Und das muss uns weiterhin im Klaren sein, was natürlich auch uns Ausschlag geben könnte, dass wir irgendwann oder jetzt in nächster Zeit hier oben diesen Bereich um 0,42,8 oder 0,43 US-Dollar noch holen könnten. Außerdem liegt hier oben dann das Golden Pocket, eben dieser hier oben. Abwärtsbewegung, da liegt dann das nächste Golden Pocket. So, und warum bin ich jetzt ein bisschen bullischer? Und zwar, es wird jetzt schon seit Wochen, also Ripple SEC Prozess Entscheidung über Schnellverfahren rückt näher. Vor 16 Stunden ist der Artikel erst online gekommen. Da steht auch drin, langsam aber sicher bewegt sich der Prozess der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC gegen Ripple auf einen weiteren wichtigen Meilenstein zu. Beide Parteien haben nur noch bis zum 5. Dezember Zeit, um ihre Antworten zu den Anträgen auf ein Schnellverfahren einzureichen. Ja, der Rechtsanwalt James Fillen gab indes bekannt, dass die Öffentlichkeit davon vorerst nicht viel zu sehen bekommen wird. Das liegt daran, dass Richterin Torres erst am 9. Januar darüber entscheiden wird, welche Dokumente versiegelt bleiben. Aber es tut sich immer mehr. Und diese Gerüchte, wir haben sie, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon mal angesprochen, die kursieren ja schon die ganze Zeit hier bei Ripple rum, dass hier Schnellverfahren oder dass hier eine schnelle Einigung erzeugt werden solle. Und es wird von Tag zu Tag immer, sage ich mal, immer spannender hier, was hier passieren könnte, beziehungsweise dass die News hier endlich rauskommen oder endlich mal eine Entscheidung gefallen wird. Weil es ist sowieso einfach ein bisschen lächerlich. Man lässt zum Beispiel FTX und die ganze Sache einfach so unter den Tisch kehren. Sagt man noch, ja cool, passiert halt mal und so. Und bei Ripple und SEC machen wir so einen blöden Aufwand hier im Endeffekt. Aber das sehen wir natürlich dann jetzt auch im Kursverlauf. Es tut sich wenig, es wird darauf hingefiebert, beziehungsweise wird darauf gehofft, dass wir hier diese Entscheidung sehen und dann Richtung Moon und Richtung 2-3 Dollar gehen. Das wird aber, glaube ich, einfach nicht so einfach. Wir schauen mal ganz kurz. Wir machen mal ganz kurz diese ganzen Linien hier weg, damit das mal ein bisschen klarer aussieht. Also die Ineffizienzen hier oben lassen wir mal drin. Gucken wir mal auf den Daily Chart, was es hier so zu sprechen gibt. Auch hier haben wir eben diesen Abtrend nur. Und jetzt muss ich die Linie doch wieder einzeichnen, damit man das besser sieht. Wir haben hier einen ziemlich steilen Abtrend gebildet. So, jetzt guckt euch mal das Volumen an. Auf dem Daily Chart sehr, sehr, sehr gering. Also wir sind hier deutlich am Abflachen. Die Frage ist, jetzt kriegen wir unser Breakout. Dafür dürfen wir aber nicht den Abtrend brechen. Wenn der Abtrend bricht, sehen wir wahrscheinlich doch eher wieder Kurse um 0,35 bis sogar 0,34 US-Dollar sind. Das heißt, ein Rückfall in die Range, weil wir jetzt auch hier so ein kleines Doppeltop ausgebildet haben. Kriegen wir jetzt plötzlich ein Volumen im Puls. Und das, wenn wir jetzt so sagen, okay, Anträge bis zum 5. Dezember, würde das so ungefähr hinhauen, noch drei Tage, also am Montag dann, dass man da vielleicht neue News kriegt. Dann hält der Abtrend vielleicht und dann könnten wir hier wirklich nach oben ballern, sollte hier wirklich schnell Anträge eingereicht werden, beziehungsweise so ein Schnellverfahren dann oder Eilverfahren beantragt werden. Also das wird sehr, sehr spannend werden. Ihr werdet wahrscheinlich hier heute wieder nicht die Antwort kriegen, dass wir nächste Woche Richtung Moon gehen. Das glaube ich noch nicht. Aber zumindest mal ein Breakout wäre jetzt hier langsam, aber sicher mal angebrannt. Wie gesagt, das Volumen absolut eingeschlafen. Also hier ein bisschen drauf achten. Wenn das hier nach unten hin bricht, müssen wir uns Gedanken machen um unsere Long-Position. Ansonsten können wir das Level halten. Sieht ganz gut aus. Ihr seht hier, die Closest der letzten Daily Candle waren genau hier in dieser grünen Box. Und die müssen wir auch unbedingt halten. Brechen wir drunter, ist es bearish, schaffen wir es drüber. Ist wirklich so ein kleiner Startschuss in der Rally. Auf jeden Fall im Bereich des Möglichen müssen wir mal schauen. Vom RSI sind wir im absoluten, sag ich mal, neutralen Bereich, im mittleren 50er Bereich. Absolut in Ordnung. Nur man muss hier halt eben aufpassen auf das Volumen. Und das ist deutlich, deutlich abnehmend. Viele möglicherweise hier noch hier gerackt werden oder sollst du da ein bisschen aufpassen. Gut. Das, was zu XRP gibt, wie gesagt, wenig zu sagen. Solange wir hier nicht über diese Range drüber brechen, brauchen wir uns erst einmal keine Gedanken machen. Dann, IOTA war ja oder ist ja immer noch in dieser Ausschlussphase oder in der letzten Phase für die EU. Wegen ihrem CBDC und den ganzen Rotz, den kein Mensch braucht im Endeffekt. Ja, wir befinden uns auch hier immer noch in unserer grünen Kaufzone. Ich habe, ganz ehrlich, ich bin immer noch dabei zu überlegen, ob ich kaufe. Mich hindert aber momentan einfach noch dieses News-Getriebene. Schimmer läuft zwar anscheinend auch ganz gut und so, aber ich bin hier zumindest auf den größeren Timeframes, bin ich immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Wir haben zwar hier diesen Downtrend durchbrochen, aber vom Volumen her war da halt jetzt auch nichts. Klar, wir hatten hier diese kleine Volumen-Candle, wo dann deutlich, deutlich mehr Volumen reinkam. Aber was mich hier weiterhin verunsichert, ist einfach hier diese Volumen-Candles. Also hier dieser Bereich um 0,19 wäre dann meines Erachtens für mich persönlich eher so ein kleiner Entry. Das wäre nochmal ein Dampf von ungefähr, ich sage jetzt mal 8 bis 10 Prozent, wenn wir die Liquidität da drunter eben fischen. Also für mich spricht hier momentan sehr, sehr wenig dafür, dass wir hier einen kompletten Bounce nach oben hinkriegen. Wir sind weiterhin in dieser übergeordneten riesigen Bearflag, müssen wir auch dazu sagen, in der wir hier komplett traden und Bearflag, einfach weil wir aus diesem Downtrend kommen. Und dann diese ewig lange Akkumulationsphase. Man sieht hier weder einen Adam-and-Eve-Pattern, ich mache mal ganz kurz die Pivots aus, damit man das besser sieht. Weder einen Adam-and-Eve-Pattern, weder einen W-Pattern, man sieht hier gar nichts. Wir sind wirklich in einer langweiligen Seitwärtsphase. Auch das Schimmer-Update hat dem Kurs wirklich keinen wirklichen Schwung gegeben. Die News, ganz ehrlich, ganz ganz kurz dieser Aufschwung eben, wo wir darüber gesprochen haben, wegen der EU. Aber ansonsten tut sich hier wirklich sehr, sehr wenig, muss man auch wirklich fair dazu sagen. So, also wie gesagt, der Bereich um 0,19, 0,18, das wäre dann so wahrscheinlich mein erster kleiner Kaufbereich. Und sollte es wirklich noch tiefer gehen, dann wären hier ungefähr die 0,15 sogar der zweite Kaufbereich, den wir uns ja hier mal angeguckt haben. Der würde ganz gut sogar passen, meines Erachtens nach. Das Ziel von der Bearflag werden wir niemals erreichen. Also ganz klar, das ist einfach eine riesige, downwärts gerichtete Seitwärtsphase. Schauen wir einfach mal, was da so die nächsten Wochen bringen. Wir sehen auf jeden Fall, das Volumen ist deutlich, deutlich am Abnehmen auf dem Daily Chart. Auch hier diese Impulse immer mal wieder. Kann man vielleicht mal auch ganz kurz hier einzeichnen. Das meine ich, ist einfach deutlich abflachend. Da gibt es nichts, schön zu reden. Und solange wir hier kein wirkliches, entweder mal ein Trendwende-Pattern sehen, mehr Volumen, News-Technisch irgendwas, was vorangeht oder so, brauchen wir uns hier ehrlich gesagt keine Gedanken machen, dass wir hier irgendwie ein impulsives Breakout sehen. Auf dem Log-Chart auch hier sehen wir Downtrend, Downtrend. Wir sind überall in einem Downtrend, bis auf diesen kleinen, ja, wobei da haben wir sogar auch einen Downtrend. Also diese drei Linien sind unsere riesigen Downtrends. Das ist die erste von diesem Hoch hier oben. Nicht mal da haben wir es drüber geschafft. Also da können wir mal das im Auge behalten. Könnte dann so ausbrechen bis zum 24. Dezember rum, also so Mitte Dezember, Ende Dezember rum. Das wird es dann nochmal ins Auge fassen. Das würde dann perfekt passen zum Video in zwei Wochen. Gut, das war es dann von meiner Seite. Wie gesagt, XRP geht to the moon Richtung 10 Dollar. Das werdet ihr wahrscheinlich in der Überschrift sehen. Aber da nehme ich euch ganz, gehe ich euch ganz schnell Wind aus den Segeln. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch im Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da kriegt ihr immer die neuesten Updates. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann morgen wieder zum täglichen Update-Video, beziehungsweise auch zum Beginner-Guide dann die nächsten Tage. Freue ich mich riesig drauf. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.